Ja Freunde und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Informationsvideo hier für euch und zwar könnt ihr schon lesen Freunde A bis Z Special Skylanders Livestream plus Gewinnspiel Ja Freunde A bis Z heißt für die Leute die damals schon bei den Livestreams dabei waren, die wissen es auf jeden Fall Wir werden von A bis Z Skylanders spielen, das heißt wir werden die Skylanders spielen, die ihr wollt, die mit den jeweiligen Buchstaben anfangen Und das Ganze könnt ihr alles per Umfrage entscheiden Wenn wir zum Beispiel schon beim Buchstaben S sind, dann könnt ihr entscheiden per Umfrage, sollen wir Sonic Boom spielen, sollen wir Schwum Boom spielen Oder dann die Leute, die Skylander, die ich natürlich noch habe Oder zum Beispiel bei T, sollen wir Treadhead spielen, sollen wir Torch spielen Ihr entscheidet das Freunde, alles per Umfrage, das wird auf jeden Fall ein richtig cooler Abend Freunde Und dazu gibt es noch ein schönes Gewinnspiel für euch, ihr habt die Möglichkeit ein cooles Skylanders Päckchen zu gewinnen Unter anderem sind dabei 8 Minis, also diese 8 Minis hier, eigentlich sind es 9, weil den Ice Mall gibt es zweimal Dann habe ich noch eine kleine Tüte, wo noch jede Menge Skylanders Merchandise drin ist, wie Armbänder, wie Untersetzer Ich gebe Autogrammkarten dabei, Buttons, Visitenkarten, dann gebe ich Sticker dabei Auf jeden Fall werde ich ein richtig schönes Paket packen Auf hitbox.tv werdet ihr dann Freitag oder Samstag die genauen Sachen, die in dem Paket drin sind, finden Es ist ganz einfach dort dran teilzunehmen, ihr müsst, das ist die einzigste Bedingung, ihr müsst bei hitbox.tv angemeldet sein Und ihr müsst mir folgen, dieses Folgen ist natürlich kostenlos, aber das ist die einzigste Bedingung Und das Ganze wird über eine Frage laufen, die ich jetzt aber noch nicht weiß Also da lässt es mir auf jeden Fall was einfallen Diese Frage müsst ihr mir beantworten Und unter allen richtigen Antworten werden wir dann den Gewinner auslosen Also der Gewinner wird dann per Zufall ausgelost Der dieses Skylanders Paket dann auf jeden Fall gewinnt Ja Freunde, ich denke mal ein schönes ordentliches Paket am Nikolaustag Ne, hauen wir schon raus Dort kann auf jeden Fall jeder mal mitmachen Wir fangen erst um 18 Uhr an Aus dem einfachen Grund, da ich der festen Überzeugung bin, dass noch viele von euch dann bestimmt bei der Familie sind Essen oder auch nochmal zum Nikolaus so ein bisschen, sag ich mal so, Familie Ein bisschen feiern, sag ich mal Und deswegen fangen wir erst 18 Uhr an Und ihr könnt bis zum Ende des Livestreams dann natürlich mitmachen Und diese Frage beantworten Wie gesagt, ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen Und dann könnt ihr dort definitiv dran teilnehmen Ja Freunde, wie gesagt Samstag, 6. Dezember, 18 Uhr geht es los A-Z Special plus Gewinnspiel Skylanders Livestream Und das Ganze werden wir auf der Wii U spielen Nochmal so dazu gesagt Weil an dem Wochenende kommt der Marvin zu mir Wahrscheinlich, also noch steht es noch nicht fest, aber 90% Also Freitag, Samstag, Sonntag habe ich den Marvin hier eingeladen Kommt der herum Deswegen werden wir wahrscheinlich Freitagabend ganz spät auch noch einen Livestream rausknüppeln Ich weiß aber noch nicht, was wir spielen Und Sonntag definitiv auch 14 bis 17 Uhr werden wir dort dann Mario Kart 8 und Super Smash Brothers Für die Wii U mit euch zusammenzocken Da möchte ich nur dazu sagen Meine Freundschaftsliste ist jetzt voll Ich habe da jetzt nochmals 25 Anfragen bekommen Ich kann die nicht mehr annehmen Es tut mir wirklich leid Ich kann die nicht annehmen Ich würde so gerne, aber es geht einfach nicht Da zeige ich mir an Ihre Freundschaftsliste ist voll Sie müssen erst Platz schaffen Ich kann ja nicht einfach welche rausschmeißen Wisst ihr Freunde, jetzt habe ich schon überlegt Ob ich nicht noch einen zweiten Account anlege Und dann immer abwechselnd mache Vielleicht werde ich das dann auf jeden Fall Nochmal machen Werde ich dann aber auf jeden Fall hier in einem Video nochmal bekannt geben So Freunde, das war es erstmal wieder von mir Samstag, 6. Dezember, 18 Uhr Ich hoffe ihr seid dabei Plus Gewinnspiel auf jeden Fall Und ihr habt die Entscheidung Wer soll gespielt werden Skyliners von A bis Z In dem Sinne, Freunde, bin ich raus Und wenn es euch gefallen hat Dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen Und ich bedanke mich bei euch Fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch Ich wünsche euch, Freunde Ich hoffe, wir sehen uns Samstag Hören uns Samstag Bis dahin Dankeschön Und Tschüss Ich hoffe, wir sehen uns